Eine herausragende Magnetschmuck-Kollektion von Magnetics Wellness. Liebe Zuschauer, das große Thema, auf das wir uns alle so freuen, nämlich die Sonne, darf ich Ihnen jetzt präsentieren. Ich habe einen ganz bezaubernden Anhänger. Bevor ich Ihnen den mal ganz nahe zeige, möchte ich Ihnen erstmal die Kette anbieten. Es gibt zwei Ketten zur Verfügung. Die Kette, die ich gerade trage, ist in der Größe M bis zur Größe 2XL verfügbar. Und zwar für 35 Euro. Das ist die eine Kette. Ich bringe direkt schon mal die zweite Kette dazu, damit Sie sehen können, die Schlangenkette schon ab der Größe S, sprich 38 Zentimeter bis zur Größe 2XL in einer Zentimetergröße von 60 Zentimetern verfügbar. Und da sehen Sie schon den üppigen Sonnenanhänger. Schauen Sie sich das an. Ist das nicht edel mit dem Magneten? Ach, das drehe ich Ihnen gerade hier mal um, dann können Sie es direkt schon bewundern. Magnetix hat so eine fantastische Verarbeitung. Wirklich superb und beispielslos, wie Sie hier sehen, wie wunderbar die Qualität sich auch hergibt. Und wenn man das trägt, ob länger oder kürzer, es ist ein richtiger Hingucker. Ich würde Ihnen das gerne mal ausmessen. Da haben wir einen Durchmesser von, ja, es sind drei Zentimeter, knapp 3,2,9 Zentimeter. Und wie gesagt, der Magnet liegt nah an der Haut, wie Sie das hier gerade so schön sehen. Unübertroffen. Also wirklich probieren Sie es gerne mal aus. Der Magnet liegt bei 35 Euro, der Anhänger. Weiter geht es mit einem ausgefallen repräsentativen Armband. Und zwar Magnetarmband. Natürlich hier die Sonne passend zum Anhänger. Also wirklich ganz, ganz, ganz schön, das dazu zu kombinieren. Liebe Damen, auch hier wieder der Magnet nah an Ihrer Haut, wie wir das ja gerne haben wollen, bezaubernd und betörend schön. Habe ich da für Sie als Angebot. Da ist auch noch die Perle inklusive dabei. Sie haben Verlängerung dabei. Man sagt der Sonne ja auch nach. Positive Energie, Energie, Lebensfreude, die Sie hier mitbekommen. Liebe Damen, unser Sonnenmagnetarmband für 39 Euro. Ich nehme das gerne mal hier in die Hand und zeige Ihnen das, wie wunderschön das ist mit der Perle. Und natürlich verstellbar, wir haben die Größe M bis zur XL, das heißt sprich 16 bis 19 Zentimeter verfügbar. Eine ganz bezaubernde Kombination und Ergänzung zu Ihrem Anhänger. Komme ich halt das nochmal ganz kurz hier ans Dekolleté, dass Sie das gemeinsam sehen können mit dem Anhänger. Welch eine schöne Kollektion. Aber es geht noch weiter. Wir haben noch viel mehr. Ich habe nämlich einen wunderbaren Zirkon Ring. Der wunderbare Ring. Ein echter Zirkonier Ring, liebe Damen. Den haben wir da in Ringgröße 16 bis Ringgröße 20 für 35 Euro. Ich habe ihn jetzt mal mit den Magneten im Doppelpaket hier am Finger. Das heißt, Sie können den Einzelnen tragen. Sie können den Doppel tragen, wie Ihnen das lieb ist. Magnet ist mit von der Partie. Wird übrigens auch gerne am Mittelfinger getragen. Wie gesagt, für 35 Euro ein richtiges Schnäppchen. Sehr reizvoll. Und ich finde einfach absolut passend zur jetzigen Jahreszeit. Jetzt haben Sie gerade den Zirkonier Ring gesehen. Ich habe das passende Armband auch dafür da. Magnet Zirkonier Armband für 29 Euro in der Größe M bis zur Größe XL verfügbar für Sie. Das können Sie natürlich verstellen, aber sieht das nicht einfach nur schön aus. Gerade auch hier wieder zum Thema Sonne, zum Thema positiver Energie kann ich Ihnen bestens empfehlen. Ja, meine Damen, es gibt den sogenannten Stacking Ring. Das sind auch echte Zirkonier, die ich Ihnen anbieten darf. Ein Stacking Ring heißt, Sie können mehrere von den Ringen nebeneinander tragen, an mehreren Fingern, wie Sie gerne wollen. Denn auch hier haben wir die Ringgröße 17 bis 20 da. Und das bedeutet, für 29 Euro bekommen Sie einen mit dem Magneten einfach nur schön, auch sehr schön elegant einzeln zu tragen. Vielleicht auch mit dem Ehring zu kombinieren. Vielleicht mit einem schönen Stein. Wenn Sie einen Ring haben mit einem schönen Edelstein, kann ich Ihnen bestens ans Herz legen. Sehr komfortabel, stört nicht zwischen den Fingern. Einfach nur angenehm. Eine Fußkette darf nicht fehlen im Sonnenthema. Sonnenmagnet-Fußkette haben wir auch da für Sie. Gucken Sie sich das mal an. Für nur 39 Euro. Und es ist ja jetzt wieder die Saison für Fußschmuck. Liebe Damen, auch hier sehen Sie vorne den Sonnenschein passend zu Ihrem Armband. Und auf der Rückseite. Ach, da ist schon die Rückseite. Jetzt haben wir es richtig. Da ist der Magnet zu erkennen. Ganz nah auf der Haut. Und vorne die wunderbaren Steine mit der Sonne umrandet. Ihre Fußkette für 39 Euro bekommen Sie in der Größe 22 bis 28 Zentimeter. Danke. Danke. Vielen Dank.